Hallo, 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 liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Youth of the Storm mit dem Sera von mir, dem Master Huff. Hallöchen auch von mir und heute bin ich mal wieder mit etwas anderem unterwegs und zwar mit Supporter-Klasse Malfurion und du hast den dicken Asmodan genommen, aber komischerweise bin ich fast genauso dick wie du. Komisch, oder? Also nimm mal ab hier. Ist das komisch? Ja, eigentlich komisch. Ich könnte Heilungstauber-Schutz als Asmodan wählen. Das gibt irgendwie keinen Sinn, oder? Asmo-Solo, what the fuck? Die Kugel finde ich gut, naja, ich nehm' Blut geleckt. Da krieg ich gerne Blut. Da wirst du direkt wieder hier, ähm, hier, genervt hier im Spiel. So, ich müsste immer kurz gucken, was der Bob überhaupt wieder kann. Schau, was ich schreibe, be quiet. Be quiet. Be quiet, so. Oh, voll daneben. So, wir machen hier die Kugel hin, ins Nichts, das finde ich gut. Komm, ich logge dich mal hier. Ich bin so nett zu meinem Team, be quiet. Ja, aber einer muss nach unten, ne? Ach, egal, ich nicht. Zack, schau, wie ich da reingesendelt hab. Ist das nicht sexy? Man, eigentlich ist ja scheißegal, wer auf welcher Lane ist, ne? Weiß ich nicht. Die Wolvescheiter Solo-Lane macht. Ja gut, du kannst auch Solo hier oben machen, wenn du Bock drauf hast. Ja, das kann ich sehr wohl. Ja, wenn du willst, dann, dann, dann geh ich. Nein, will ich nicht, ich mag dich zu sehr. Ach, Herr Wixer! Also, das sind aber sehr unflätige Wörter. Unflätige Wörter, seit wann benutzt du denn so ein Fachjargon? Weiß ich nicht. Ja gut, die Sonja kann sich auch selber heilen, ne? Also, da hat die auch mal einen. Ja, echt, ja. Die kann Solo-Lane machen hier. Das war, der kann der Dicke, der Dicke, also da eher weniger. Ja, das war echt. Aber du kannst besser pushen, ne? Das war auch vielleicht. Aber ich nicht, ich bin nämlich hier Noob aus Muttern. Ja gut, das kann gar nichts. Ja, das ist egal, welchen du zockst. Das ist aber voll freundlich ausgedrückt. Ne? Finde ich auch. Also, du kannst das nicht sagen, ich bin unfreundlich in der Ausdrucksweise. Ne, ne, kann ich nicht sagen, das ist recht. Aber vor allen Dingen muss ich eigentlich sagen, es ist eigentlich auch logischer, dass ich irgendjemanden hier oben mit auf meiner Länge bin. Allein habe der Mana aber auch, weil ich immer so ein Regenerieren auf dich wirken kann. Ja, genau. Man, ich hab ein Panky-Kill mit meinen Kugeln. Doch. Nicht mal ein Minion. Doch, ein bisschen Glück damit, was zu töten. Musst du halt am Anfang macht, was halt kaum Schaden, ne? Aber ich brauch das, ich muss doch auf eigenes Kill damit. Schaden alle, das ist schon gar nicht so schlecht, ey. Schaden ist nicht so schlecht, das ist schon richtig. Aber die Minions, die müssen halt mehr. Man kann sterben. Dann noch mehr von diesen, deinen Söldnern rumjagen. Gleich habe ich was getötet. Ja, sechs Schadensbonus, juhu. Mann, 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 was nehmen wir jetzt? Halt den Teil, nein. Lass doch ruhig Zeit, da oben. Ja, mach ich mal, ich mach mal, das ist kein Thema, das ist kein Thema, das ist kein Thema, das ist. Macht dort schon nicht, ich denke, so lange. Hm, drängert den durch nicht hier, was geht, ja, ja, macht das. Soweit? Wir mussten noch mal holende, du bist angelaufen. Ach Quatsch, ich werde doch keine Ahri und hier. Die greift mich nicht hier an, zack. Doch, meine Ahren und Uml nutzen. Aber da sind sie schon und das ist nicht schön. Komm her und der figurente Arbeit ist es nicht hier. Wer aber das braucht? Ne? so heute haben sie ein Schild gemacht und kommt er ab die Führung hier so mehr ein paar heute hat er noch den Film das sind das andere wir sind in der Zeit für Leute um den Krieg war an war aber kommen ja die Tümpchen ja ja ich muss hier auf achten wenn ich direkt die Tümpchen so solltest du begibt euch zu einem Heilbrunnen oh Töte wie oh Gott oh was ist hier los gerade in der Mitte weiß ich nicht ich habe jedenfalls meine Ruhe das glaub ich dir dass du deine Ruhe hast und ich mach den Ton kaputt einfach so das Ton ist kaputt was nehmen wir jetzt hm fangen nicht die Mana kommt von der Kugel oder was wo wirst du denn wo wirst du denn das was ich jetzt total die Kugel ja wir müssen hier unten ne das weißt du schon ne ein bisschen stressiert und alles so was warum sagt mir das niemand ich sollte Solo-Lane machen dieses ja ich sehe hier unten auf der auf der Dinge keinen wo schau ich hab da zwei Leute die Scheiß Tribut einnehmen das meine ja das ist egal ihr tut da einfach so lange euer Zeugs machen schau die sind da die sind ja nur zu dritt dort und nicht zu viert oder ja es ist egal wir machen das schon irgendwie ja ja mach doch komm 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 die konnte ich nicht mehr so schnell heilen wo habe ich die ganze Zeit angriffen oben nicht ja Gott dort ist hier unten Stress ja ich komm mal runter was recht mach ich mal ich werde mal in mein Kugelchen helfen oh verdammt sind fast den Fingels weggedrescht so kleiner lecker oh jetzt bin ich von oben angegriffen worden nein nein das kommt davon weil ich euch gefolgt bin hier alles ist okay alles ist cool nein nichts ist okay wir dürfen uns nur nicht einnehmen ja hier wir müssen dass hier irgendwie kammeln dieses scheiß Ding ja wenn ich noch die ganze Zeit einreißen bin ganz schön was geht dir da wir drücken die Ablohdan die ganz wegbreschen ah was mach ich denn hier die ganze Zeit bei den Falschen nach 20 Sekunden dann kann ich Mana Regeneration machen oh nein ja ne du bist gar nicht tot hier kannst du auch mal eine Regeneration machen dieses ja kann ich aber ich hab so nochmal ne Kugel reinsetzen Asmodan ist fast tot oder ist vielleicht tot sogar Asmodan ist tot der Gegner ja jetzt können wir hier komm mit Ding noch ja ja kann man nicht weiß ich nicht noch nicht ne also so schnell kann ich da nicht reagieren ne boah ich muss da raus ok jojo mach mal so und ich hab hier wieder eine Kugel die ich wieder reingesetzt habe also ich weiß grad nicht was da um die Kugel los abgeht ne ich glaub das haben die jetzt mal gewonnen weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht ne ne ich schau zack so was geht das hier aber ich hab nicht nochmal ne Kugel renntet ich hab hehehe oh ich stepp glaub nicht ich stepp glaub ich schau ich zu weit vorne da war ich zu weit vorne das kommt davon weil ich hätte oben bleiben sollen echt mal hab ich gar nichts gebracht eigentlich müssen wir eigentlich hätten wir alle da hängen muss das ist das problem du musst die ein reißen da alles ein Turm ist kaputt zwei Türme kaputt da oben läuft schon ja ja ich überleg mir für meine nächsten 10.000 Gold mir den komischen Abatür zu kaufen Abatür? ja ich hab den noch nie gezockt ich weiß nicht ob der gut ist ne oh kann schon hilfreich sein oder Abatür Abatür? Abatür Abatür sonst ist das ein Franzose oder was? vielleicht Abatür 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 hahaha wird immer besser oder? hahaha was ein Schwachsinn ja also ich verleite mich nicht immer zu so viel Schwachsinn warte ich nur du ähhhhh verhält verbündet über Zeit im Gegner in der Nähe zu schweigen was haben die denn oben wir müssen nach oben wieso? das ist hier Tribut ich bin nach oben was laberst du? was laberst du? was laberst du? ah ster du da ja hier stirb du Mistkerl da ja doch als hat der hier seine Ulti reingefetzt der blöd Mann hab ich schon noch warum? damit die Gegner den nicht bekommen da ist nicht gut da ist nicht gut schon wieder hab ich da was reingesetzt bei dem kommen die so langsam gar nichts bekommen die da oh der hat er jetzt hier da und nochmal die Kugel reinsetzen denn los bei den Leuten ich geh mal unten rum ok mach das mach das durch den Haupteingang das hat ein bisschen blöd jetzt ist er tot hahaha auch da will er wieder was reinsetzen zack ja das wird ein bisschen kompliziert kompliziert hier würde ich mal sagen was ist los mit dem Fallschlag oh Gott was ist hier raus ja ich glaub das gehört denen glaub ich mal ja weiß ich noch nicht doch schade ja da wie gesagt da komm ich nicht hin mein Arm greift nicht so weiter ok das nächste dürfen sie nicht bekommen müssen was macht unser Team auf? das ist ein dummes Team ach quatsch dummes dummes Team Martin ja ich werde oben bei der Posten so beschlossen ja schau doch ich bin ein Ziel soweit gekommen ist da oben so so der einzige ja ja lümmelt da oben noch rum oder nicht ich helfe dir jetzt mal in der Mitte hier ein bisschen mach das leider kann dieses Scheiß anregen nicht auf mich äh ballern schade oder nächste äh oh ja jetzt natürlich in der Frage haben die jetzt im Bus gemacht ach du Scheiße was haben die gemacht den Boss den Boss ja schon ist er mir vorbeigelaufen ach jetzt hab ich auch bei dem äh die Ulti-Gefüllte oh sehr traurig wir sind zu müssen oh scheiße hm man bis man Mahner der ist bald der Angriff so oder nicht okay da konnte ich jetzt nichts mehr machen und da bin ich jetzt leider leider dünn gegangen ah schon wieder der ist gleich tot der Boss ja ja ach so ja gut wir haben vorbeigert aber sind mitgemischt ne macht den Boss kaputt ich mache den Boss kaputt ich werde nicht ob er das sarkastisch meint ich weiß ja auch nicht ich weiß ja auch nicht ah da kommt da kommt da kommt da erstmal da an da ist schon der erste am sich am ärgern ah ja ah da kommen die jetzt alle von oben wow siehst du das auch wenn die von oben kommen ja die kommen von oben die wollen hier jetzt auch nicht pushen dann sollen sie machen wir haben ja keinen Boss mehr ne ne das stimmt ach so können die gut pushen oh das nehme ich jetzt ich weiß nicht was ich nehmen soll ja hauptsache du machst Schaden ja ich mach dir Schaden egal äh ach ja kann sich während des Kanalisierens bewegen das ist sehr gut schau ich kanalisiere und bewege mich dabei ja das ist ein herzlichen Glückwunsch sag ich dann der oh Gott ich sterbe jetzt hab ich keinen Mana mehr gehabt haha ja ich wollte den Mana drauf tun aber ich bin grad zu ihm ne ah der hat seine Ulfie der Typ wieder kein Mana deswegen hau ich mal ab ach wir kriegen das schon allein hin unser Team ist ja gut unser Team ist ja gut unser Team ist allgemein das Beste so ein Push um diese Zeit haha so ein Push so ein Push von denen schau das soll das nicht so passieren bumm das ist doch genau richtig wie die das machen ja ja unser Team ist so schlecht dass sie das nicht aufhalten können das will ich damit sagen ach die heulen sie nicht rum das ist also ok hier ah ja ja dann haue ich mal ja und wir jetzt eine Kugel rein komm mach der da drauf ohhhh ja jetzt ist natürlich gut oh ja ich habe einen Tütenstift gehabt und die auch nochmal aufgehalten haben wir schon da ein bisschen und noch eine Kugel zack und wir schon reinkugeln das ist halt nur ein bisschen problematisch mit denen und den haben wir weggekriegt jetzt sterben die gerade alle da 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 ich kann lesieren auf den nein oh Gott verdammt ist gestorben mann hier nochmal reinsetzen hab ich dir jetzt mal in der Generation gegeben wollte ich dir gar nicht geben weiß nicht finde ich gut ja eigentlich wollte ich das einen anderen geben der ist gerade dringender benutzt nur eigentlich ach komm schon du magst ihn einfach ja nichtsdestotrotz Schauen wir mal auf das hätte vielleicht ein anderer ein bisschen mehr nötig nur für nötig vielleicht vielleicht kleiner lecker hier gerade ne ja hast du das genau gehabt ne bei mir ist alles Smoothie Smoothie alter Smoothie das war heute bloß nicht ab da Smoothie so wählt ein Talent ich weiß nicht was ich wählen soll ich weiß es nie weißt du doch nicht war ein bisschen Blut so entschieden oh jetzt geht's hier los ja das war jetzt was geht's hier los 2 2 3 auf die falsche Taste gedrückt keine Sorge ja scheiße ha 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 nein greifen nicht angegriffen Mann 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 muss aber aufbauen ich kenne ich laufe der alte Sack so ich konnte noch ein bisschen was wir haben jetzt können wir hinsetzen bisschen was zurückhalten ja so ja ich bin stolz bin tot und mit einer Hilfe ja schon mal da ist auch der gute Gäste oder das abgefahren Prozent 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 vorlieg mich am Mann alle jetzt mache ich hier so ich kann er die Säure und bewegen nach hinten ich bin kurz aus dem Spiegelflogen also ich brauche kurz für zwei Minuten zu tun okay okay meine Aufnahme ist weg nochmal ja das muss ja übersprachen du schlägst aber aus der Ausnahme Aufnahme du kannst auch weitermachen dann hast du eben eine kurze Pause dazwischen nie das für noch was wird ach so war ja an und weiß ich natürlich erneut beitreten ich bin ein noch ein Witz auf meinem Konto haben ja da bist du ich hatte der war zu schnell der Schwertkämpfer die Sonja da aber am Anfang war nicht dann zu gut damit ging er sich nicht zu gut aufgeholt oder nicht ziemlich schlecht gehandelt hat auch so er hat das Tod ist der oder ja es ist das so ja so man werden wir haben wir haben auch mehr das ist es oder sehr auf das Ziel dabei was er hier ausberuht ab ja noch immer wir sagen was man finde ich die war auch gerade ein Boss bestimmt oder so ja würdest du den oben machen den Boss den unteren ja das ist doch schon ein in use der untere hier ja eh der ist er doch ach ich bin mal im falschen Lager gewesen sorry siehst du dir ein Ding gemacht wie ich mir gesagt hab wir sollten dieses Söldner Lager ein wir sollten das machen ich bin da ja hoffe ich doch ja was soll ich machen soll ich denken ja mach irgendwas Hauptsache wir können den eingreifen so schau was hier mache ich greife an die anderen greifen nicht an na gut meinst du wir schaffen das zu zweit nö machen uns mal nichts vor doch schaffen wir schaffen wir schau wie wenig Energie der noch hat ja ja mein kanalisieren klappt immer noch boah hauptsache nein ich kann nein 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 ich hier wieder zurück so jetzt musst du mal kurz tanken ja ok also meine Minions und so ja ja ich tank ihn ja meine Güte und kanalisierung oh jetzt müssen sie rausgehen jetzt haben wir ihn boah epischer Tod von dem so und jetzt müssen wir zurück wegen dem Boss und so Special thanks an unser Team auf jeden Fall ja ach die sind ja schon vor unserer Haustür ja sind die feister GG ah egal ja wir haben den wir haben den Boss gemacht zu zweit das war dann gut ja ja also Leute vielen Dank fürs Zuschauen weil euch die Folge gefallen hat die würde mich über ein Dörbchen freuen und ihr dürft uns beide abonnieren mich und Seraph wenn euch das hier gefallen hat und wenn ihr nicht ein ganzes Shit verpassen wollt und bis zum nächsten Mal dann tschau ja tschau